Hi! Hi! Komm rein! Herzlich willkommen! Vielen Dank, vielen Dank! Sag mal, wer bist du? Wo kommst du her? Stell dich mal vor! Ich bin Abby, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Leipzig. Ich bin bei den Golden Voices of Gospel. Nein! Ja! Dann passt du ganz oft bei mir! Ja, genau! Meine Mutter hat einfach mal gesagt, ja, lass mal einen Gospelchor in der Nähe suchen. Ich wurde herausgefunden, dass es zwei Minuten von mir entfernt immer einen Gospelchor gab. Zum Beispiel für Florian Silbereisen sind wir immer wieder öfters als Backgroundsänger da. Auch schon für Eloy de Jong, Maite Kelly. Schön, schön! Die Golden Voices of Gospel, die singen immer bei uns. Ein toller Gospelchor und ja, schön! Erzähl noch ganz kurz, wer ist heute mit dir mitgekommen? Ist das deine Mama oder? Ja, heute ist noch meine Mama mit mir mitgekommen und mein Bruder ist auch noch da. Wie schön! Cool, toll! Und was hast du für uns vorbereitet? Ich habe Anyone für Demi Lovato für euch bei heute. Ah, okay! Schön, da freue ich mich! Du, ich bin jetzt echt total gespannt auf dich und freue mich! Toi, toi, toi! Oh! 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 Wow! Almost! Oh! I try to talk to my piano I try to talk to my guitar Talk to my imagination Confided into alcohol I tried and tried and tried some more Told secrets till my voice was sore Tired of empty conversations No one hears me anymore A hundred million stories and a hundred million songs I feel stupid when I sing Nobody's listening to me Nobody's listening I talk to shooting stars but they always get it wrong I feel stupid when I pray Why am I praying anyway If nobody's listening Anyone Please send me anyone Lord is there anyone I need someone O-o-oh O-o-oo O-o-oh O-o-o-oh O-o-o-o-oh He A hundred million stories and a hundred million songs I feel stupid when I sing Nobody's listening to me Nobody's listening I talk to shooting stars But they always get it wrong I feel stupid when I pray So why am I praying anyway If nobody's listening Anyone Please send me anyone Oh Lord Is there anyone I need someone Oh anyone I need anyone Oh anyone I need someone I feel stupid when I sing Nobody's listening to me Nobody's listening Nobody's listening to me No Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Dein Liefen. Wie schön! Wie toll! Siebzehn Jahre alt, siebzehn! Das ist unglaublich! Ich bin so okay. Dein Zimmer hat mich so berührt. Aber weißt du, was mich am meisten daneben noch extra berührt hat? Wie hat deine Mama zu dir geguckt? Da ist deine Mami! Komm! Die Tochter! Unglaublich! Das war phänomenal! Das war phänomenal! Vielen Dank! Wir sehen uns im Ausland. Ich freue mich auf alles, was da kommt! Super! Danke! Sie haben euch grandios genug gezeigt! Ganz toll! Alles Liebe Ihnen! Vielen Dank! Super! So deserved! Wahnsinn! Thank you! Wow! Ist die gut? Ist die gut? Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! War die gut! Mit siebzehn! Oh! Oh! Wow! Ich bin ein bisschen überfordert! Ich habe eine unglaublich gute goldene CD vergeben! Florian hat echt so eine richtige Entscheidung gemacht! Wenn er es nicht gemacht hatte, dann hatte ich es gemacht! Weil es war einfach... Boah! Es war so gut! Das hat sie so verdient! Oh, du hast in den Tränen hier! Ja! Nicht nur eine Mann! Naja! Ja! Ja, du! Das ist doch so! Ja, du hast absolut recht! Na! Was für ein schöner Moment! Schöner Moment! Okay Leute! Schöner Moment! Dieser Kandidat ist eine Runde weiter! Herzlichen Glückwunsch! Ihr wollt noch mehr Auftritte sehen? Ja, das kann natürlich! Schaut mal hier rein für unsere aktuellen Playlist! Wird ihr ganze Folgen sehen? Dann schaut mal hier rein auf RTR Plus! Ärger gegangen? Ja! Ich nehme mal hier auf! Drei! Ich nehme mal hier auf! Ich nehme mal hier auf!